Stimme ... aber die normalen Supersoftreifen... ... die etwas härtere Mischung bei Kiwi kann heben. Auch hier fahren wir unterschiedliche Reifenwahl... Die ersten vier Startreihe sind bereits Sebastian Vettelsteen, das Anpass der Startposition muss der Zentimeter genau passen, der gelbe Strick ist die Markierung, Gott muss das Vorderreinstehen, Pascal Wehrlein steht ein wenig zu weit hinten in seiner Startbox, arbeitet da noch im Lenkrat, ich glaube Pascal Wehrlein ist einen Platz zu weit nach vorne gefahren, der ist auf dem Platz von Philippe Masser, schiebt zurück und nimmt seine Startposition jetzt ein, okay. Das war allerdings eine heiße Geschichte, hat sich blöppen lassen von der Absenz von Philippe Masser, aber jetzt ist alles bereit, die Ampel geht an und damit 71 Runden, ich hoffe, die Brüste ist ein, wenn er durch 5 Minuten losgeht und ein guter Start von der schönsten Wahlkampfung, die wir reingefürgen und die Brüste ist, die Brüste ist bereit. Es ist Vorderstart von Justin Vettelsteen, alles richtig gemacht, Sie bereich können. Ja und Nico Hütenberg auf Platz 5, der hat sein Witzelfer-Semmel noch ein bisschen verschaffen. Er machte ein Pedal auf 9, hat Karl Wehrlein auf Platz 11 und eben hinten rausgestattet auf der Hofstraße. Er machte ein Platz, der hat sich in die Räume geöffnet. Er machte ein Platz, der hat sich in die Räume geöffnet. Leads across the line at the end of that run. Räikkönen, Rössberg in 5,000 Yen. Ja, Marc! Das ist die Räume geöffnet. Sie haben 2010 vor der Stad der Spanien zur Fläche nach vorne gekommen. Einer davon allerdings hat er durch die Abredenheit von Philippe Massa gewonnen. Erster Verbremser bei Himmeten und bei Räikkönen. Probe 3 Ende der Schönberg-Gerad. Flushimmelten lässt das rechte Vorrat stehen bei Ambrecen. in der 1. Räume. in die Räume. Aber der Wärme ist schon an die vorweisen. Lade auf die Spanien und seinen Vorsprung hinter den Lerikadur und bei Räume in die 1. Räume. Max Verstappen! Max Verstappen! Incredible start now! Max Verstappen! Go Max! Go Max! Wow! Wow man! Max speed too! I had a great weekend here! It's incredible! It's incredible! There he is in the late Rosen! He drives around this track man! Max! Max! Listen, listen! What's the value you feel for this second place? Amazing! It's an amazing day, you know? To finish second with a Red Bull car and a Red Bull race! It's incredible! I enjoyed it a lot! It was an exciting race! Thank you to the guys! They gave me a great car! It's a finish second! And I've got the final Grand Prix game in a podium! A good podium! Yeah, exactly! Keep going right now! Keep going! Yes! Yeah, let's get started! He's running out! I will do it too! He's running out! I won't get out! He's running out! I'm definitely a member of the Red Bull race! He's running out!